Herzlich Willkommen Freunde zu einer kleinen Runde Fortnite Battle Royale im 50 gegen 50 Modus, der aber leider zeitlich begrenzt ist und ich hoffe sie werden den Modus dann auch dauerhaft raushauen. Würde mich auf jeden Fall freuen, ich vermute es sogar auch, dass sie jetzt einfach nur so eine kleine Testphase machen und dann einfach den Modus wann anders zu einem späteren Zeitpunkt, wenn sie noch irgendetwas nachjustiert haben oder so, einfach herausbringen, dass das dann die ganze Zeit gespielt werden kann. Ich hoffe es einfach. Ah ja und ich habe einen neuen Hängeleiter. Sehr schön, ne? Ich finde den voll cool. Sieht so cool aus. Ja, genau. Ich glaube die Runde gewinne ich einfach. Ja, beziehungsweise die Runde gewinnen wir einfach. Weil die Gegner sind jetzt einfach schon wieder so hart in Unterzahl. Wie viele jetzt einfach in Retail Row gelandet sind. So, ich gehe das erstmal ein bisschen flenken. Da hat sich das schon erledigt. Ja! Anscheinend. Ja! Ich glaube aber, dass hier noch welche sind. Weil es sind einfach schon wieder zwölf mehr als die Gegner. Das ist doch so... Ich mag jetzt nicht sagen unfair, aber irgendwie... Haben die Gegner ja gar keine Chance mehr jetzt. Okay doch, außer... Sie bilden jetzt gut eine Gruppe. Müssen wir halt schauen, wie sich das weiterentwickelt. Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon GO. Ja, ähm... Heute werde ich meinen Glurak entwickeln. Ob die Gegner eine gute Gruppe zusammenkriegen? Das ist halt, ob sie überhaupt eine zusammenkriegen. Aber erstmal ein bisschen Holz hacken. Was hat nämlich höchste Priorität... Sind sie zu dumm, an die Truhe zu kommen? Was? Was? Was machen wir denn? Oh mein Gott, Alter! Verband nehme ich? Oder auch nicht? Dann tschüss! Tja, du kannst mir nicht wehtun. Auch wenn du's willst. Boah, ich hoffe, wir sind irgendwo Gegner. Sonst wird es hier echt zu langweilig. Oh, dann ist ein Sniper, wäre auch geil. Was ich schon ein bisschen Muni aufgesammelt habe. Ich, 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 ist ein bisschen hungrig nach dem Wasser. Da sammeln sich ja alle da, aber da war ich ja auch hin. Oh, da kommt auch ein Lootrop. Naja, mag den aber haben. Ja, krieg ich sowieso nicht. Krieg ich ja sowieso nicht. Ja, dann ist er weg. Ja, die Lootshops hier sind echt ein bisschen... Ist schwierig, an etwas dranzukommen. Sehr schwierig. Anscheinend ist hier echt das ganze Team jetzt schon versammelt. Oh, 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 oh. Ach du Scheiße. Oh, ich dachte schon, ich verreck jetzt irgendwie einen Fallschaden hat. Könnten denn jetzt die Gegner Ja, die sind garantiert hier oben oder so Ja, die kommen garantiert so von hier oben Könne ich mir jetzt schon vorstellen Wieder einfach alle sind Ich finde es so lustig bei diesem Spiel Modospiedern immer alle auf einem Fleck sind Ich hoffe, wir kommen jetzt noch mal ein bisschen in Action Ganz geil Okay, anscheinend sind da echt Gegner Mann, ich wollte auch was Legendäres Ich hab fast nichts Ich hab halt einfach fast echt kein Equipment So, von der Hände Ja, ne legendäres Schnapper Und noch Alter, geht hier grad die Party ab, ey Was geht, Digga Auf jeden Fall brauch ich hier Ja Noch was Besseres Ne, das ist echt das Beilste Verbände vielleicht Ah, sind leider schon weg Leider, leider Ähm, ist hier noch irgendwas drin? Oh, lecker Okay Okay, wir sind leicht in der Überzahl Boah, der Typ hat sich die Skar geklaut, ne? Wo sind die denn? Wo, bitte? Wir laufen einfach grad alle so in die Genau entgegengesetzt Richtung vom Sturm Und das ist nicht gut Bei diesem Spielmodus so hart Fuck Fuck Mann, ich wollte doch noch jemanden killen Ich wollte jemanden Wow Das ist die erste Kannst du mir nicht schaden, ne? Ach du meine Güte Das ist ja echt das ganze Team Oh mein Gott Leute, schau dich das mal an Das ist einfach echt das ganze Team Wo hier unterwegs ist Krass Danach brauche ich aber unbedingt ein Verwandt, ey Verwandt, okay Verband Unbedingt abundant So An Fuck, wer hat es gemacht? Mann, echt jetzt? Boah, ich verrecke jetzt, glaube ich, echt wegen... Ah, ne, doch nicht. Puh. Boah, ich brauche jetzt auch unbedingt einen Verband. Ach, du meine Güte. Habe ich ja schon vorher gebraucht, ja, jetzt habe ich noch 22 Leben. Nicht so geil. Sind da die Gegner? Jetzt habe ich keine Muni mehr. Ja. Junge, was ist das denn, alter? Oh, nice, ein Medikid, wenn der das jetzt genommen hätte. Oh, da kommt ein Loot-Drop. Was? Was? Was ist denn hier los, alter? Schaue ich das mal an, ey. What the fuck? What the fuck? Was ist das denn für ein chaotischer Fight? What? Mann. Ich habe nicht mal mehr Munition für meine AR. Leute, schaut euch das einfach an, wie viele Leute jetzt hier in diesem kleinen Kreis sind. Und ich weiß einfach nicht, wo die Gegner sind. Da habe ich gar keinen Planer. Nice, wir haben gewonnen. Oh Gott, war das gerade geil. Oh mein Gott, das hat ja mal so viel Spaß gemacht. Aber leider haben wir keinen gekillt. Ja gut. Aber in der nächsten Folge garantiert killen wir wen. Aber ich würde sagen, wir haben auch ein bisschen, ja, wir haben schon mitgemischt. Wir haben da auch ein bisschen dazugeholfen. Und würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auch auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Und ein Abo. Und wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja.